startet die scheiße jetzt mal langsam wir haben uns dazu erklärt zu starten gut sorry hallo leute und jetzt kommt zurück zu let's build minecraft so ja gerade wohl die aufnahme nicht starten egal würde ich mal behaupten wir müssen jetzt gerade umbauen wie ihr schon gesehen habt habe ich schon ein bisschen hier in der hütte was gemacht also in den bäumchen wie habe ich das gemacht ein und dann zwei daneben frei immer ein dazwischen gott bauen wir mal so eine kleine halle hier wieder rein hier wird noch ausgehöhlt und da auch wie man sehen kann ne wartet mal da machen wir es anders gut da geht es sich höher auch nicht schlecht machen wir das mal so ich habe wieder wie immer die schöne musik an da müssen wir mal kurz hier drüben stück den ingame sound so runter drehen so wie immer in der gewohnten atmosphäre damit ich ja nichts zu schaden kommt zack 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 gut das können wir wieder zu machen das bleibt ja genau kommst du richtig doof in den raum zu rein jetzt gehen holen wir uns erstmal eine tor muss habe ich ein budget für welche gesetzt wurden so und hier oben werden wir das mit diesen elevatoren elevator dinger gedöhnt machen weil ich das einfach stylisch finde jetzt brauchen wir nur noch mal wohl 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 auch kommen ich weiß zwar nicht ob wir das schon hatten aber ich setze es einfach mal so und diesmal haben wir schön viel platz im gegensatz zu den unteren räumen muss ich hier wieder nicht aufpassen da sehe ich den baum komplett in einzelteile zerlegt obwohl das jeder fall ist also von daher ist das eigentlich rain ich habe nämlich gedacht dass wir hier die tue 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 ja hier machen wir das dann 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 die weg so würde ich sagen den setz den setzen wir da hin den vor nas die setzen wir beide da hin dann würde ich schon fast behaupten machen wir hier nochmal dings oben drüber dann guck ich mal ja jetzt gucken wir nach chest also einmal brauchen wir eine ender chest die werde ich jetzt hier so mittig setzen gab es hier nicht genau obsidian chest bugbein da werde ich noch hier rein setzen haben voraus prinzip weil es toll aussieht und hier setzen wird schön die tierkisten hin ne das wäre schlecht wenn ich das dahin setz so da oben kommt irgendwie nix hin weil da geht ja zurzeit geht ja nix ein ambush das wird doch geil so noch ein ambush hier in der bude drin perfekt ähm redstone jetzt brauche ich eine druckplatte so machen wir hier den boden erstmal weiter ich weiß gar nicht wie viel fps wir gerade haben im spiel ich hoffe nur für euch sieht es flussig aus also hier machen wir auch noch was schönes rein oh was weiß ich was wollen wir mal hier rein machen ich habe eine idee ich habe eine idee zack platten spieler tötete ja das kann man mal machen ich weiß nicht wie ihr das seht aber ich würde das dann hier nicht schade hätte klappen können so da haben wir das schon mal dann brauche ich habe ich das jetzt auf deutsch wie nennt sich's ja ich bin auf die plus taste kommen ein tisch ach den können wir doch hier so ein tisch hin share hier sitzt ja eigentlich nur zum chillen und ein buch zu lesen vielleicht so was könnte man denn hier noch einsetzen carpenter muss nicht unbedingt sein saumkraft kenne ich mich nicht mehr da ist blatt mädchen käme nicht mehr da ist industrie kraft irgendwas geiles drinnen ne auch nicht ja gut das können wir irgendwann mal anlegen nein 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 einfach nur nein nein die blut kraft naja wieso ja leute ich glaube kraft mal ich das erstmal zu mal was anders schilder non dann sich das langweilig aus irgendwie verträgt er gerade nicht den shader wie so auch immer so viel performance der doch 16 gig frei dafür sogar mehr noch mehr zuteilen kann ich nur nicht also bei noch mehr hört ja die freundschaft auf sieht ja alles so karl und trist aus 12 nur paschlich schade einen von der wand weg 1 ja geht schon ja wie mache ich das jetzt weil ich hier mich gern so art balkon dran gesetzt hätte könnte man doch eigentlich mit carpenter arbeiten oder er könnte man machen warte mal schade klappt nicht doch klappt carpenter war hier ich habe mir gedacht da könnte man doch mit und das sieht scheiße aus genau die ja die 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 Huh Jo 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 geht doch eine scheiße mit den carpenter blöcken das aber wirklich beschissen immer so nächste lage so wie sehen das aus hallo gut sie kannst du nicht auf dem kopf anbringen nicht schlecht gut das sieht jetzt scheiße aus ist sowas von scheiß egal so und immer die einfaches prinzip das jetzt blöd geht er schon mit denen müsste eigentlich so ich habe jetzt letztens gesehen du kannst mit den karpentammer nee nee Okay. Oops. Time. God. die nicht nur so bin ich für eine ausgangstür die da wurde nicht nur nicht nur nicht nur nicht nur nicht nur scheiße hier mal rein genau jetzt muss ich mal wieder hier hinter nein nein aber wir sind mein mikrofon eigentlich so weit weg nein nein Tollette nein nein habe ich schon knöö 9 kirche ihr könnt mal machen wirst du nur das schweck Ich weiß, dass ich das nicht Gibt's da keine Eckteile oder so? Ha Gute Frage Nee, Provention einen mit Oder doch Nee Ja Gibt's da noch irgendwas? Ja, so ein schmaler Kühlschrank Hätten wir das aber schon mal geschafft Aber nur so dezent, ne? Ich werde nicht angeben, aber das ist dezent geschafft Gut, hier brauche ich das nochmal Ein Schäft Gut, kann man ja mal hinbauen So Was brauche ich noch? Ich hätte vielleicht das nehmen sollen Genau Dann würde ich sagen, stellen wir hier mal einen Dose Dose da drauf Hier so, dass es nach Arbeit Arbeit aussieht Ähm, was brauche ich noch? Messerblock Wo stelle ich denn den hin? Ja Scheiße Da sieht ja beschissen aus Neh mal lieber So ein Ach, ich hab doch schon einen Messerblock Dann brauche ich noch ein bisschen das Hier Neh, ist ein Messer Neh, ist ein Messer Unisteelhooks Ja Kann man da hinlegen Einen Wichser brauchen wir auch noch Wer hat sowas nicht in der Küche? Oh, ich brauche noch einen für die Mikrowale Ja, das sollte reichen Jein Nein Nein Wo habe ich denn die Mikrowelle jetzt gerade gesehen? Bin ich blind? Ja Wieso zum Teufel Hängt die? Ja Ja, das kann man so lassen Jetzt brauche ich nur noch Puh, du, 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 du Vielleicht Bild mit Wolf in Dark Du, 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 du Ähm Deko, deko, deko Lightprops Warte mal Jetzt stellen wir uns hier hin Hä? Hä, hä, hä Boah, ist der riesig Hier irgendwas Schickes drin Nein Hier Nein Weindddel Stellen wir erst mal eine Weinborddel dahin So jetzt brauche ich Boden Bodenbotenbotenbotenbotenbodenboden Warte mal so jetzt hier dran A, schiselt Джиг� Джиг gut er fällt nicht runter das schon mal positiv in ambos der fällt ihm jedes mal runter nach der aufnahme muss ich mal dringend pinkeln gehen sieht nicht mal scheiße aus ja es können wir so lassen hier ist dann der schild die kunstchen bereich dann machen auto kommt das machen wir offen das lassen wir offen perfekt so lange dass das das dann haben wir hier so ein mini lager ich hab hier noch ein schild dran sing nee gehen stimmt sink da sind keine schilder ihr dumm fotzen super was ist shiny wieso mann und kann der da nicht dran bringen schild 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 haben was hier ja ja ich nenne es lager 1 weil es für mich einfach sich simpler anhört und so weiter und so fort so jetzt muss ich nur noch ja können wir so machen ja das habe ich mir so aus habe ich mir jetzt überlegt dass wir das so immer machen weil ich finde das hebt irgendwie den charakter schade da sieht jetzt beschissen aus aber anders geht es ja leider nicht 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 so und so und so und so oh oh hier sieht man was durch so jetzt mache ich auch noch mal ja ich habe mir das eigentlich mal so überlegt in so einem baum bauen auch noch mal so arthaus bloß halt musste mehrere stück um das schön aussehen zu lassen hier habe ich auch ein bisschen musste ich ein bisschen mogeln sieht man ja schon also habe ich ein bisschen gemogelt aber das soll ja nicht allzu reklamation ja es gibt eindeutig eine reklamation da habe ich schon wieder was übersehen böse 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 fast ins auge gehen können gut ich im fenster hier war ja kein stimmt hier war das große nur sieht man nicht mal scheiße aus der von der ferne betrachtet gut das siehst du jetzt nicht aber ich meine umso höher du kommst um so wie schön schöner wird es doch jetzt das haus hier dann haben wir das da ich habe eine idee für vorne leid leid wie nennen sich die dinger in wird bleiben genau nicht leidtlen die leuchtet mit was gibt es denn hier alles so für schöne dinge blau collard redstone lamp oder limette bitte ich weiß nicht aber irgendwie haben die ganz schön texturen backen muss ich mal so behaupten gut egal 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 man hat schon shader die extreme wie sieht er aus überzeugt mich nicht so ist ultra dann ich weiß wieso das so aussieht stellen wir uns nämlich hier hin jetzt mal habe ich jetzt gedrückt ach so sortieren was noch dunkel drücken auf 1 so jetzt können wir die nämlich wieder aus machen gut und ich würde sagen das war es für die folge wir sehen uns das nächste mal wieder bis dann haut rein ciao